Musik Wir haben in Thüringen ein Wahlergebnis und eine spannende Wahlnacht erlebt. Katja Kipping hat darauf hingewiesen, es war fast wie ein Krimi und es ist jetzt immer noch ein Krimi. Ich will aber am heutigen Vormittag damit beginnen, dass ich sage, von Willy Brandt stammen zwei Sätze. Der eine Satz heißt, Mehrheit ist Mehrheit und der zweite Satz heißt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Und mehr Demokratie wagen ist das Stichwort. Die Wahlbeteiligung in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen darf uns nicht egal sein. Es gibt ein Problem im 25. Jahr der Deutschen Einheit, in dem die Menschen sich Wahlrecht als freies Recht erkämpft haben und jetzt politikmüde anscheinend werden, zumindest wenn es um parlamentarische Entscheidungen geht. Und da brauchen wir ein Mehr an direkter demokratischer Entscheidungskraft. Das hat die CDU immer verweigert, wenn es darum geht, dass die Bürger über ihr eigenes Geld abstimmen. Wollte das die Thüringer CDU nie. Und ein Schulsystem, das sich auf längeres gemeinsames Lernen einstellt, wollte die CDU eigentlich nie. Und die CDU in Thüringen hat immer das Gefühl ausgestrahlt, dass ihnen die Staatskanzlei auf Lebenszeit gehört und eine Koalition einfach nur ein Betriebsunfall der Demokratie sei. Genau aus dieser Logik wollen wir raus. Wir wollen mit den Partnern, mit denen wir mal Demokratie, den Verein in Thüringen, mehr Demokratie e.V. gegründet haben, das ist SPD, Grüne und wir, die wollen wir einladen, um mit ihnen über ein politisches Projekt für mehr direkte Demokratie zu reden. Das heißt, wir wollen heute Abend und haben zwischenzeitlich schon die SPD und die Grünen zu Sondierungsgesprächen eingeladen. Es gibt eine rechnerische Mehrheit und es gibt eine unsichere Mehrheit. Die rechnerische Mehrheit ist Rot-Rot-Grün mit einer Stimme Mehrheit. Das ist knapp. Aber die unsichere Mehrheit von SPD und CDU, die auch nur eine Stimme Mehrheit hat, scheitert schon an der CDU selber. Weil in der CDU-Landtagsfraktion sind Menschen, Personen gewählt worden, die mit Frau Lieberknecht seit langer, langer Zeit völlig über Kreuz liegen. Und wir sagen deshalb, dass man sich jetzt genau angucken muss, ob Herr Mohring weiter mit der AfD irrlichtert. Der jetzige Minister Reinholz hat schon gesagt, man müsste auch mit der AfD reden. Also da wird eine Brandfackel mit einem irrlichternden Projekt in die parlamentarische Demokratie hineingeworfen, weil man eine Rot-Rot-Grüne Regierung eigentlich verhindern will. Und wir wollen uns aufmachen, mit den Partnern darüber zu reden, welche Inhalte wir dagegen setzen. Und darauf kommt es an. Die kommunale Familie in Thüringen muss endlich wieder handlungsfähig werden. Demokratie muss von unten wieder lebbar sein. Und die Finanzmittel, die das Land zur Verfügung stellt, müssen da ankommen, wo sie hingehören. Nämlich in den Gemeinden oder in den Kitas, damit die Eltern nicht zusätzlich immer wieder belastet werden. Und deshalb, ja, in Brandenburg haben wir das alles erfolgreich auf den Weg gebracht. Deswegen schmerzt auch der Nicht-Erfolg in Brandenburg an diesen Stellen, weil wir immer bei unserem Wahlkampf in Thüringen voller Stolz auf die Brandenburger linken Anteile in der Landesregierung verwiesen haben. Ich glaube, wir müssen tatsächlich darüber reden, wenn kleinere Partner zerrieben werden. Und das ist in Thüringen eben auch passiert. Die SPD hat Erfolge gehabt und hat sie nicht zeigen können, weil am Ende die CDU auf dem Rücken der SPD die Koalition einfach auch im Wahlkampf missbraucht hat. Und ich glaube, eine neue Koalitionskultur heißt, dass man auf gleicher Augenhöhe tatsächlich Politik entwickeln muss, um den Bürgern zu sagen, erfolgreich werden die drei nur zusammenarbeiten und keine auf dem Rücken des anderen. Und ich bleibe dabei, die Staatskanzlei gehört nicht der CDU und zur Demokratie gehört der Wechsel. Und die CDU hat das Recht, sich in der Opposition zu erholen. Wir wollen mit den anderen Partnern zumindest alles an strategischen Überlegungen jetzt ausloten. Die SPD wird sich heute Abend dazu selber festlegen müssen. Sie haben angekündigt, nach den Sondierungen eine Abstimmung ihrer Basis zu machen. Ich glaube, das ist auch dringend notwendig. Wir haben aber angekündigt, dass wir am Ende des Koalitionsvertrages unsere Basis durch U-Abstimmung auch einladen. Das ist ein Projekt auf Augenhöhe, bei dem am Ende die gesamten Parteien auch deutlich machen, dass wir es für fünf Jahre durchhalten wollen und durchhalten können. Das ist ein Projekt auf Augenhöhe, bei dem am Ende des Koalitionsvertrages einladen. Das ist ein Projekt auf Augenhöhe, bei dem am Ende des Koalitionsvertrages einladen.